Musik So, unsere letzte Luft haben wir hergegeben und haben sie aufgeblasen. So, jetzt geht's los. So, Tag 1 am Ackerschwanert, sind wir gerade eingestiegen in die Boote und jetzt geht's los. Dieser Köder wird jetzt gleich den Erfolg cool angeflogen. Jetzt wird er trotzdem gleich wieder in einem riesigen Hechtmaul verschwinden. So, sehen wir noch keinen Biss. Tja. So, dann ist er. Of course the Shlyman! Genau! Na, 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 Vicky. Die Angst vor Wolfen macht ihn nicht froh, Die Zeit von dem Rebensort. Zum Glück wird weg, 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 weg. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey, so heißt der kleine Held. Der Erste zerschunden, der Kamerad. So, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Martin hat sich verletzt hier. Tja. Klar finde ich, beim Bisswunde hatte ich noch mal zu gewissen.